Moin Moine, liebe SuperSuppies und ja, da sind wir wieder zurück bei Titanfall und ja, zum Abschluss der Beta, wir sind jetzt am letzten Spieltag, selbst mit Verlängerungstag schon, wir sind jetzt am letzten Tag der Beta. So, jetzt hier der Tag, wo ich gerade bin, ich weiß nicht, wo ihr gerade am Tag seid, auf jeden Fall, es ist der letzte Beta Spieltag und ja, ich habe gedacht, zum Abschluss spielen wir jetzt hier nochmal eine Runde Hardpoint und ja, live und direkt in der Wartezeit, wie mal ja, standardmäßig hier so ist, werden wir dann mal sehen, was da oben kommt. Ich habe jetzt jeden Modus gespielt, ich habe ein bisschen gespielt, ich habe nicht viel gespielt, also keine Ahnung, Level 8 oder 9 oder so, was ich jetzt bin, keine Ahnung und ja, ich wollte mich jetzt hier nicht schon totsüchten an der Beta da am Multiplayer, nicht, dass ich dann irgendwann keinen Bock schon mehr habe, wenn das vollständige Spiel da ist, obwohl ich das nicht glaube, weil ja mehr Maps da sind und so, aber ich habe es chillig angehen lassen, sagen wir es so. Okay, auf, auf und direkt mit Smiley Robert jumpen wir hier aus unserem Fluggefährt, aus unserem Moped und dann wollen wir mal sehen, was wir hier rumkriegen, erstmal nehmen wir C ein, weil wir gerade da sind und ja, danach machen wir uns, weiß nicht, weiß nicht, ich weiß nicht, ich laufe noch da, dann laufe ich nach A. Ja, da sind noch Gegner, der Gegner hat A, dann laufe ich dahin, machen wir uns mal schon mal unsichtbar, irgendwo wird er bestimmt jetzt hier auch gleich lang kommen, zählen mal. Ja, mein Kollege ist auch schon da, ja und da kam schon der erste, das hast du ja gesagt, mach dich doch jetzt schon mal nicht unsichtbar, mach dich doch unsichtbar, wenn du läufst. Oh, wie hat der mich gesehen? Ich wette, ich habe gerade geblinkt oder so. Ja, ich glaube, ich war am Weg. Und mein Konter hat mich auch ein wenig sehen, einfach. Cheat! Egal, egal, wir lassen uns nicht ermutigen, weiter geht's. Na, ha? Weirdo. Na, na, na? Zoom. Ich blurry screen, überhaupt nicht cool. 1.30 Uhr bis Titan last. Du, 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 du. Voll! Ha! 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 Mh! Jao! Jao! Ich habe ihn voll getreten! Geh weg! Und ich hatte ihn angeschossen. Hallo! Dämlicher Bot. Wow! Und da kam schon der nächste runtergejumpt. Okay. Titan, we're ready. Oh, die... Ich habe schon gedacht, dass jetzt irgendwas geschieht, aber nein. Oh! Irgendjemand hat ihn schon zerburstet. Oh! Oh! Und Granate! So weit! Was geht? Ne, die Bots, die... Sponsen sich die Kugel manchmal rein. rufen wir lieber unseren Titan. Was geht? Wo kommt der denn her? Schilt der da in seinen Versteckchen die ganze Zeit in dem Gebot? Die, 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 die. Ja, kommt nur in der Kapsel vor mir raus. Dann kriegt er jetzt aber auch alle richtig gebratzt. Hä? Ja, dann mussten erst die Raketen rein, ne? Sicher. So, läuft ja gar nicht mal so schlecht. So, meine Verhältnisse bin ich gerade richtig gut. Und was ist eure finale Abschlussmeinung? Ende Beta, nachdem man tagelang gespielt hat? Ich bin, ja, wie soll ich sagen, ich bin so am Schwanken noch ein bisschen wegen dem Call of Duty Mode mäßig, dass alles so, ja, Call of Duty mäßig ist und nur 6 gegen 6 und die Bots mich so ein bisschen abfacken, weil, muss das sein? Meine Frage. Aber sonst bin ich eigentlich, finde ich es recht geil. So, ein Story hat es ja auch auf jeden Fall. Von daher ist es ja nicht nur der Multiplayer. Ich bin da auch sehr drauf gespannt. Ey, komm. Komm. Und. Also, ich, ich würde der Beta gerade so, BÄM, Alter. What the fuck, Mann? Ich habe ihm seine ganzen Raketen gegeben. Ich dachte, es zerfetzt ihn jetzt erstmal. Mir reicht's. Kabam, jetzt bin ich tot. Geil, geil. Aber ich würde mit dem Spiel irgendwie so, keine Ahnung, jetzt gerade so in diesem Moment 70% irgendwie geben von allem, was man geben kann, von 100%. Finde ich es cool eigentlich. Gekauft ist es sowieso schon. Ich habe es schon bezahlt. Also, ich kann jetzt schon nichts mehr Nein sagen. Na. Aber wenn, wenn ich das so sehe, wenn ich mir Videos von Fluppy angeguckt habe oder mir so, ja, Videos generell von Fluppy von Titanfall angeguckt habe, würde ich sagen, ey, ist da wesentlich besser drin als ich. Das ist mehr so sein Spiel. Komm schon. Komm mit der fetten Laserwaffe jetzt hier. Bibi, 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 biu. Kann man dann überhaupt Menschen erschießen? Und das ging viel schneller als mit diesem fetten Teil. Also, man erinnert sich. What the hell? Ach, man ist unsichtbar. Wir überlisten ihn. What the? What the? Gay Pistol. Er kam mit der Gay Pistol. Und noch von hinten. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Bis jetzt sieht es gut aus. Wir gewinnen höchstwahrscheinlich. Ich sage das jetzt schon mal so. Das sieht gut technisch so aus. Dass wir gewinnen. Dann kommen wir den Titan gerade runter. Bam. Nam, 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 nam. Ich finde das sehr geil. Wie man sich so in den Titan reinstopfen lässt. Beilen wir uns mal. Und, und. Dann kommt wieder der große Abschlussmove. Werde ich Epilog schaffen oder nicht? Komm schon. Komm schon. No way, ey. Dass ich schon wieder eine Million Kugeln eingesteckt habe. Dieser fetten Knarre. Na, komm. Challenge completed. What the hell? Bam. Nioh. Das gibt es nicht. Schießt ihm so richtig fett seine ganzen Raketen zurück da rein. Oh, ich glaube, das überlebe ich nicht. Nein. Nein. Da war, äh, Überlebenschance gleich. Null. Und ich frage mich, ob ich diesmal den Epilog schaffe. Das wäre echt so geil. Premiere, letztes Spiel. Am letzten Tag, äh. Epilog auch mal packen. Das live. Ah. Guck da. Kommt schon wieder die Bots sehr schlau reingespawnt. What the hell? Kommt bis her. Und kommt gleich irgendein Irrer sowieso. Ne, ne, ne. Kommt irgendein Irrer Spieler, meine ich eher gleich. Nicht so ein Irrer Bot. Ich nehm hier hoch erstmal. Ja, dem gebe ich jetzt wieder mit der Funzelknarre hier. Scheiße. Bin vom Dach gefallen. Nein. Nein. Da ist noch einer, dem gebe ich jetzt mit der Funzelknarre. Ich mach richtig schön Damage erstmal auch. Ah, okay, der andere Titan von mir ist. Ich komm zu drauf. Oh. Jetzt kommt Epilog heim. Ich seh. Ja, ich hab mich zermatscht mit der fetten Knarre. Das geht also doch. Äh. Epilog time. Wohohoho. Erstmal hier hoch. Ich will auch. Okay. Hier sieht's doch schon mal safe aus. Komm mal. Da flitzt einer. Jetzt wollen wir doch mal verhindern, dass der da rumflitzt. Ich schlacht erstmal die ganzen Spastis ab hier. Und gegen den Titan hier. Gefällt mir überhaupt nicht, dass die hier rumlaufen können. Jetzt wäre der Raketenwerfer gut. Aber ich hab die Vollautoknarre... Okay, es klappt doch. Level up sogar noch gekriegt. Level nine. Boom. Boom. Jetzt gibt's nochmal richtig Grütze hier fliegen. Ja. Nein. Ja, irgendeine läuft ja bestimmt noch rum. Ah, nee. Nee, 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 bro. Nee, 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 boy. Das klappt nicht. Das klappt nicht. Und wei. Ich hab Epilog geschafft. Ich hab Epilog geschafft. Unglaublich. Ähm. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzusehen. Ihr könnt ja mal eure Meinungen zum Spiel in die Kommentare schreiben. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder.